Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zum nächsten Video, meine lieben Zuschauer. Ich bin heute das erste Mal gemeinsam mit meinem Brüderchen unterwegs, dem Michael. Ich verlinke ihn euch auch unter dem Video, also schaut mal auf alle Fälle bei ihm auf dem Instagram-Account vorbei. Er kann super gut fotografieren, hat das aber schon seit einer Weile jetzt nicht mehr so durchgezogen, dass er mal wieder ein bisschen Ansporn bekommt. Ja, wir sind heute unterwegs und zwar, also im Moment mitten in der Natur, aber wir sind auf dem Weg zu einem Bunker. Und zwar befindet sich dieser Bunker theoretisch auf dem Gelände von der alten Fallschirmspringerschule, wo ich schon mal vor langer Zeit gewesen bin und ein Zwei- oder Dreiteiler daraus geworden ist. Und in einem Video habe ich gesehen, dass auf diesem Gelände noch ein Bunker sein soll. Die Sache ist, dieser Bunker ist nirgendwo verzeichnet. Und auch während meiner Recherchen damals über dieses Video, habe ich nichts über diesen Bunker erfahren. Also es soll ein Atomschutzbunker sein. Ich weiß nicht, wie groß. Ich habe ungefähr eine Idee, wo er sein könnte. Und ich möchte euch jetzt gerne mitnehmen auf die Suche. Und wir schauen jetzt mal gemeinsam, ob wir dieses Ding finden und wenn ja, wo er sich befindet. Also viel Spaß. Los geht's. Abseits von Kasernenanlagen, Tower und Rollfeld, zwischen Schutzbunkern, Treibstoff, Waffen und anderem Material, erwartet uns der Kommandeur am Eingang zur Flugleitzentrale. Wenn die Kampfjets in der Luft sind, schlägt in diesem atombombensicheren Bunker das Herz des Geschwagers. Von hier aus werden die Flugbewegungen überwacht. Wir folgen jetzt hier immer weiter diesem Weg, wie man sehen kann, mitten durch die Natur. Also laut der Karte soll sich dieser Bunker, also was heißt soll sich, habe ich die Idee, dass dieser Bunker sich in dieser Richtung ungefähr befindet. Es sind von oben halt Bereiche zu erkennen, wo sich auch teilweise Gebäude befinden bzw. befunden haben können. Und das ist ja auch immer schon mal so ein Anzeichen, wo dann auch Bunker gewesen sein können. Naja, wie gesagt, es ist leider nicht so, dass ich irgendwas herausgefunden habe, aber das macht die Sache ja noch umso spannender. So, und jetzt gucken wir mal. Hier geht's bergab und da wir in diese Richtung müssen, würde ich sagen, folgen wir jetzt mal diesen Weg. Hier liegen noch versteckt alte Armeestiefel mitten im Wald. Also es ist auch wieder ein Zeichen, dass hier mal was gewesen ist. Also das ganze Gelände gehört ja zu dieser alten Fallschirmspringerschule. Deswegen wird hier wahrscheinlich noch einiges verteilt sein. Und auch heute zur kleinen Information. Ich bin heute, da wir etwas weiter laufen, leicht unterwegs. Das heißt, ich habe heute das Gimbal jetzt erstmal noch nicht zur Hand. Also wenn jetzt die Aufnahmen im Moment jetzt noch nicht so gerade sind, also wieder, ne, so wie ihr es von mir früher kennt. Buchung verwackelt, wisst ihr woran es liegt. Und was hier halt auffällt, überall hier am Wegesrand sind Trümmer aufgebahrt. Also hier muss wirklich mal was gestanden haben. Aber ich denke mal eher, dass hier noch Kasernen waren. Ich gucke mich hier gerade. Ich glaube, dass es ja nicht irgendwie mauer ist. Hinten durch. Stimmt. Könnte eine Mauer oder sowas sein. Oder ein Häuschen. Können wir mal hingucken da. Hier vorne ist eine Mauer. Hier und auf dieser Seite. Hier ist sie sogar auch schon umgekippt. Und hier steht ein Häuschen. Und hier versteckt sind noch mehrere. Aber das sieht eher, ja, weiß ich nicht. Also man kennt es ja, dass auch Bunker, also auf Bunkereingängen sozusagen, auch teilweise Häuser gebaut wurden, um diese einfach zu tarnen. Das sah es aus wie so ein normales Haus in der Landschaft. Und da drunter war dann eigentlich der Bunkereingang. Also es lohnt sich definitiv, da mal einen Blick reinzuwerfen. Ob vielleicht irgendwas ist. Aber hier, wie man sehen kann, kein Eingang. Nur Natur. Das nächste Haus. Michi geht mutig voran. Ist das schönes drin? Oh. Hier haben welche sich eingerichtet. Sogar ein Mülleimer. Teppich. Oh. So. Scheint gemütlich zu sein. Hier, guck mal. Und wieder künstlerisch. Sieht aus wie so ein Weihnachtsbaum. Ja, hier ist wieder. Habt ihr schon mal, kennt ihr das Geräusch von Schmetteren? Jetzt ist ja sehr ruhig. Hast du gehört? Ein bisschen so ein Wischen oder so. Ich weiß nicht, ob sie das machen, um sich zu trocknen oder aufzusehen. Durch diese Reibung. Ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Oh, die haben sich ja hier wirklich häuslich eingerichtet. Also hier noch mit einem Lämpchen. Ich denke, hier wird nichts sein. Gucken wir mal weiter. Weil es gibt hier noch so ein zweites Areal. Das ist größer. Und mit augenscheinlich noch mehr Gebäuden. Und auch von der Form her, der Straße, wirkt das so, als wenn da noch ein Bunker sein könnte. Naja, letztendlich weiß man das wirklich erst, wenn man da gewesen ist. So, jetzt geht es hier rein. Und da hinten ist sozusagen halt ein Gebiet, wo mehrere Gebäude auch verteilt sind. Und mehrere Wege in so einer Kreisform angelegt sind. Und das war ja früher auch so die typische Bauart von diesen Geländen sozusagen. So, hier im Wald versteckt, richtig schön eingewachsen das ganze Ding. Hier könnte man sich eine Wohnung drinnen aufbauen. Aber keinen Atomschutz. Eieiei. Und hier auch. Hier geht es um die nach Benzin. Was meint man hier? Meine Güte. Aber wer fährt hier hin und schmeißt das alles hierher? So nennt es die Fahrt hierher, ist schwieriger, als es irgendwo anders zu entsorgen. Aber ich glaube, das wird hier nur am Hinterausgang sein. Oder? Oder? Ne. Eine Lagerkramme. Gut, da waren wir zwei, war nichts. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier stehen auch lauter Gebäude. Aber die scheinen auch irgendwo mehr oder weniger genutzt zu werden. Jetzt ist natürlich die Frage. Ich glaube, wenn hier irgendwas wäre, dann wäre das schon irgendwo eingezeichnet gewesen. Hier ist ein krass, wie ein großes Eingangstor. Hier ist ein großes Eingangstor. Und dahinter der Wall. Warum? Also entweder, weiß ich nicht, ist das hier fake? Oder? Na ja. Aber hier hat sich auch wieder jemand entledigt, seine Sachen, ne? Na ja. Oh. Oh. Siehst du, hier kommen Lkw-Sammler auf ihre Kosten. Jetzt machen wir eine kleine Pause hier. Weil wir haben bis jetzt wirklich leider überhaupt kein Glück gehabt. Also die Gebäude, die hier stehen, habe ich selber gesehen, die sind alle leer. Also das müssen ja irgendwelche, ja, Garagen oder sowas gewesen sein. Jedenfalls kein Bunker. Es gibt hinten einen Bereich, also quasi in der Mitte von diesem Rondell. Der ist so ein bisschen wie so ein Plateau. Wo man auch sagen, also vermuten könnte, dass da vielleicht drunter sich irgendwas befindet. Dass es dann quasi zugeschüttet wurde. Weil, wie gesagt, also im Internet, bei meinen Recherchen steht nirgendwo irgendwas davon, dass hier auf diesem Gelände ein Bunker sein soll. Beziehungsweise ein Atomschutzbunker. Es gibt auch keine Bilder. Und deswegen war es ja sozusagen so dieses Spannende, ne? Zu gucken, gibt es ihn wirklich nicht? Oder hat ihn bloß noch keiner entdeckt? Aber so wie es jetzt im Moment aussieht, ist es ersteres, dass es den halt nicht gibt. Naja. Mal gucken. Manchmal entdeckt man sowas ja durch Zufall. Er kämpft sich durchs Gestrüppel. Um zu schauen, was sich da oben befindet. So zwei Pfähle. Betonpfähle. Noch mehr, oder? Naja, geht halt den Weg nicht lang. Dann komm ich mal hoch. Es gibt ja nichts schöneres, als durch die Natur zu laufen. Na komm. Ich habe das Beste nicht gesehen. Schade. So sieht das aus, wenn mein Bruder in der Natur unterwegs ist. Der halbe Berg ist umgepflügt. Ganz unauffällig. Ja, ja. Ich füge mich ein. Es könnte auch ein Wildschweig gewesen sein. Genau. Oder ein wildes Michi. Da sind Pfeiler. Und hier eine ebene Fläche. Mit relativ jungen Bäumen. Also diese typischen aufgeforsteten Bäume, wenn ein militärisches Gelände verlassen wird. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Also dieses Ding hier wurde ordentlich zugemüllt. Alter Schweder. Hier ist schon wieder alles voll. Auch mit Reifen. Ah, da hinten kommt man rein. Nein. Ah, geht es da weiter? Ist nichts weiter in derboys. Okay. Hängen waren. Und da geradezu ist auch noch ein Geräude. Was wir gerade sehen, hier muss jemand ein Lager aufgebaut haben. Hier steht noch ein Tisch und ein Stuhl drin. Und hier vorne hat auch jemand so etwas wie einen Tisch gebaut, eine Sitzmöglichkeit. Und hier diese Äste, die hier rumgehen. Und dann geht es hier weiter. Da ist es befestigt und hier vorne ist es da befestigt und da hinten aufgelegt. Das muss hier eine Sicherung gewesen sein. Hier war dann der Durchgang und sozusagen, dass hier die Personen, die hier drin war oder hier waren, waren vielleicht auch mehrere, abends keinen ungebetenen Besuch bekommen. Will man ja nicht. Leute wie uns zum Beispiel, die dann da plötzlich davor stehen. Jetzt sind wir an einem relativ seltsamen Ort. Also hier in der Mitte ist ein Tümpel. Und hier ringsherum geht ein Wall, ein hoher Wall. Die Frage ist jetzt, ist er natürlich oder wurde er angelegt? Weil dieses ganze Gelände ist irgendwie seltsam aufgebaut. Als wenn hier irgendwas getarnt werden sollte. Aber durch diese Aufforstung, die hier stattgefunden hat. Oh, jetzt ist hier direkt ein Motorrad neben uns. Vielleicht der Bewohner. Nee, aber hier durch diese Aufforstung, wo ich stehen geblieben bin, erkennt man halt nichts mehr. Also das ist schwierig, schwierig irgendwie zu sagen, was mal gewesen sein kann hier. Michi kontrolliert jetzt mal oben, was da noch zu sehen ist. Jetzt riecht es hier nach Benzin. Wie eine Gazelle. Das hört sich schon interessant an. Zeugs im Erdboden. Nehmen wir so einen Feldstein. Sieht aus wie so eine Wand, als wenn hier was abgestützt wurde. Aber ansonsten... Also es kann vielleicht auch sein, dass hier das... Gebiet, wo wir jetzt gerade drin waren, so ein Sicherungsgraben noch gewesen ist. Vielleicht so ein Fischschlag, wo wir drin gesessen haben. Wache, Wache oder so. Das kann auch sein, ne? Genau. Na ja. So, meine Lieben. Wieder am Auto angekommen. Hier vorne steht das gute Stück. Wir sind hier wieder in der Nähe der alten Hangars und der falschen Sprengerschule. Da hinten kann man das auch sehr gut sehen. Tja, leider hat es heute nicht geklappt mit dem Bunker. Aber, meine Lieben, ich bleib definitiv dran. Werde recherchieren. Und wenn ich weiß, wo das Ding sich befindet, beziehungsweise eine neue heiße Spur haben sollte, seht ihr es natürlich als allererstes. Gut, meine Lieben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, dann lasst mir ein kleines Däumchen da. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und wenn alles gut läuft, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Passt schön auf euch rauf. Bleibt richtig ordentlich gesund. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.